Ingenieurwissenschaften an der Uni oder der FH studieren? Also einen Ingenieursstudiengang würde ich immer an der FH studieren. Außer du weißt jetzt schon, dass du bis zu deinem Doktor gehen möchtest Richtung Forschung und Entwicklung. Dann kann die Uni sinnvoller sein. Trotzdem, die praktischen Bezüge sind mehr da an der FH. Ich finde es auch leichter dann den Einstieg zu finden, weil du dir einfach vorstellen kannst, wie wird der Stoff in der Praxis eingesetzt. Du kannst von mir aus den Master noch an der Uni machen, aber fang mit dem Ingenieursstudiengang an der FH an.